In einer Welt, in der Gesundheit und Ernährung immer mehr in den Mittelpunkt rücken, ist es wichtig, die Vorteile der Lebensmittel zu erkennen, die wir täglich zu uns nehmen. Tomaten, oft als einfaches Gemüse am Rande des Tellers angesehen, spielen eine überraschend zentrale Rolle für unsere Gesundheit, insbesondere in Bezug auf den Blutdruck. In diesem Video tauchen wir tief in die Welt der Tomaten ein, um deren beeindruckende Vorteile für unseren Körper und speziell unseren Blutdruck zu erkunden. Diese Auswirkung hat der tägliche Verzehr von Tomaten auf den Blutdruck. Tomaten und ihre Inhaltsstoffe Ein Überblick Tomaten sind nicht nur wegen ihres Geschmacks beliebt, sondern auch wegen ihres reichen Nährstoffprofils. Sie enthalten Vitamine wie Vitamin C, K, Kalium und eine Vielzahl von Antioxidantien, unter denen Lykopin besonders hervorsticht. Lykopin verleiht Tomaten ihre charakteristische rote Farbe und ist ein mächtiger Verbündeter im Kampf gegen viele gesundheitliche Herausforderungen. Die Wirkung auf den Blutdruck Studien haben gezeigt, dass der regelmäßige Verzehr von Tomaten und Tomatenprodukten einen positiven Effekt auf den Blutdruck haben kann. Dies ist hauptsächlich auf das Antioxidans Lykopin zurückzuführen, das dabei hilft, den Blutdruck zu senken und somit das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu reduzieren. Der hohe Kaliumgehalt in Tomaten unterstützt diesen Effekt, indem er dazu beiträgt, den Natriumspiegel im Körper auszugleichen und die Gefäßwände zu entspannen. Praktische Tipps für die Integration von Tomaten in die tägliche Ernährung Die gute Nachricht ist, dass es viele einfache und schmackhafte Wege gibt, Tomaten in die tägliche Ernährung zu integrieren. Von frischen Tomatensalaten über herzhafte Sausen bis hin zu gesunden Smoothies. Die Möglichkeiten sind endlos. Wichtig ist, dass Tomaten in verschiedenen Formen verzehrt werden können, um von ihren gesundheitlichen Vorteilen zu profitieren. Vorsichtsmaßnahmen und Empfehlungen Während Tomaten für die meisten Menschen eine gesunde Ergänzung zur Ernährung darstellen, ist es wichtig zu beachten, dass sie bei einigen Personen Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können. Zudem sollten Personen, die Blutdruckmedikamente einnehmen, mit einem Arzt sprechen, bevor sie signifikante Änderungen an ihrer Ernährung vornehmen. Zusammenfassung Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tomaten viel mehr sind als nur eine Zutat in Salaten und Gerichten. Sie sind ein Kraftpaket an Nährstoffen, die einen positiven Einfluss auf den Blutdruck und die allgemeine Herzgesundheit haben können. Der Schlüssel liegt darin, sie regelmäßig und in verschiedenen Formen zu konsumieren, um die volle Bandbreite ihrer Vorteile zu nutzen. Wir hoffen, dass dieses Video einen tiefen Einblick in die erstaunlichen gesundheitlichen Vorteile von Tomaten, insbesondere im Hinblick auf den Blutdruck, geboten hat. Wenn es Themen oder Fragen gibt, die in zukünftigen Videos behandelt werden sollen, teile diese gerne in den Kommentaren. Vergiss auch nicht, dieses Video mit Freunden und Familie zu teilen, um das Bewusstsein für die Bedeutung einer gesunden Ernährung zu erhöhen. Und falls noch nicht geschehen, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren Gesundheitstipps zu verpassen. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal!